Hi, mein Name ist Axel und ich erkläre dir heute, wie du nach einem Ohm fragst. Hast du Lust zu Ohm? Und zwar hat die andere Person auch drei mögliche Antworten. Ja, nein, keine Ahnung, frag mich später nochmal. Also ganz simpel, hast du Lust mit mir zu Ohm? Üb das einfach mal ein paar Mal und wenn du ein Nein bekommst, dann nimm es auch nicht persönlich. Es gilt immer nur für den Moment jetzt und du kannst einfach später nochmal fragen. Viel Spaß beim Ausprobieren.